Musik Ich will um die Welt fliegen, will mich wiedersehen, ich will mich wieder erkennen, komm wiedersehen. Dann gehen wir hier in den Markt mal rein. Ich kenne die Schuhe. Die Schuhe, ich will die Schuhe. Ich hole sie, ich hole sie, ich hole sie, ich hole sie, ich hole sie. Ich kenne die Schuhe. Oh, die Gerüche. Gibt es echt alles. Uiuiui, da geht es wieder los. Überall getrockneter Fisch. Alles voll damit. So viel getrockneten Fisch habe ich in meinem Leben nicht gesehen. In allen Formen, Farben, Größen. Ihr könnt euch denken, das stinkt hier richtig übertrieben nach Fisch. Dann nochmal zu den Fischelaufen. Sri Lanka Busse. Nicht so wie bei uns. Das ist wirklich kürbisch. Da ist ein Tempel. Da ist er. No, 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 no. Ah, turn die wieder ab hier. Die ganze Zeit. Da ist ein Tempel. Können wir jetzt rumlaufen? Vielleicht. Hier sieht es geschlossen aus. Ja, der zweite Tempel bleibt uns hier erspart. Da kann man nicht rein. Naja, es ist auch jetzt sehr heiß hier. Wirklich richtig, richtig heiß. Oh, ne Juice Bar. Wollen wir da rein? Ja. So, jetzt haben wir hier irgendwie mal was gefunden, wo es das gibt. Frische. Frische. Ja. Hatten wir nämlich vorher nicht gehabt, wie wir vor hatten. Cheers. Und rein damit. Zitrone zum trinken. Ich hab die schon vermisste Zitrone. Wir haben jetzt ein Land gefunden, wo es normales Kaffee gibt. Kaffee. Ja, das ist Kaffee, so wie wir ihn kennen. Geil. Die nächste Lime Juice. Ja. Neue Runde, neues Glück. Uff. Chinesische Nahrungsmittel. Und noch einmal in ein Bombay Sweet Palace im Bakery gewesen. Ah, Ryan. Oder? Okay. Wir haben keinen Kühlschrank. Haben wir nicht? Ach, crazy hier. Also, auch hier möchte ich sagen, ich würde hier nicht wohnen wollen. Also zumindest nicht in der Stadt. Nein. Zumindest nicht in der Stadt, ja. Weil das ist so ein unglaublicher Lärm, Leute. Boah. So das wirklich. Und dauerhafte Hitze. Und ja, dauerhafte Hitze auch, ja. Und keine Toiletten hier in der Nähe. Nimmst du? Auf jeden Fall eine spannende Sache. Also zum Reisen geil. Aber nicht zum Leben, nein. Sorry, Sieber. Geil. Textilien. Ah, ein schöner Boss hier. Das sieht cool aus. Ja. Das ist hübsch. So. Sie kommen gleich angerannt. Aber wenn Sie sich irgendwas angucken. So. Zurück. Nach Katu. Mit Katu war geschrieben, aber wird ausgesprochen. Katu. Zup-Ticket. It's Sri Lanka. Boah, das ist wieder ein ganz altes Schrottling. Ei, ei, ei. Tschüss Negombo. Tschüss kleine Ziegen. Ja, hier die Stange. Ventilator oben gibt es leider auch nicht leer. Alle ab. Abgerostet. Oh, krass. Denk. Denk geil. So. Zurück. Katu. Da, so wird's geschrieben. Katu. Hahaha. 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 Fuh. So. 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 Das ist mein Häuschen, oh nee, wir sind sowas gewöhnlich. Süß, hey. Komm her, komm her. Hey. Das ist eine Sri Lanka Kuh. Nein, nein, ich seh nix. Wo ist das hingeflogen? Hier auf meinem Hals. Nein. Ist das bei mir irgendwas? Nö. Er hat uns auch mal mit Wasser übergossen. Oh shit. Crazy people. So, wir sind zurück. In unserem lustigen Haus. So, hier einmal das Geld. Da habe ich jetzt zwei von. Ist wahrscheinlich irgendwie ein älterer. Und dann drehe ich das Ganze mal hier nochmal um. So sieht das Ganze von der anderen Seite aus. Und hier nochmal zwei Münzen, die ich gerade da habe. Zwei und zehn. Ja, mir fehlt der 50er. Das ist ein blauer Schein. Vielleicht nehme ich ihn nachträglich nochmal auf. Beweiler, das ist einulesen Sydney. Sway taustend siebzehn. Zeitschlt. beitausend siebzehn. Ja. Ich hab kein Geld Ich hab keine Frau Ich hab kein Geld